Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was erzählen Sie mir denn da? Was ist mit ihr passiert? Was ist mit ihr passiert? Könnte vielleicht jemand die Vogelgrippe als Waffe benutzen? Wäre das möglich? Die Vogelgrippe muss gar niemand als Waffe benutzen. Das machen schon die Vögel. Sehen Sie genau hin. So überträgt es sich. Die Frage ist nur noch in welche Richtung. Am Tag 1 waren es zwei Menschen. Danach vier und danach 16. In drei Monaten sind es eine Milliarde. Darauf scheinen wir zuzusteuern. Sie berufen die Nationalgarde ein, verschanzen den Präsidenten. Das gibt eine Massenpanik. Die Sache wird kippen. Man verschweigt der Welt die Wahrheit. Lassen Sie die Proben verschwinden. Vernichten Sie alles. Hallo. Geben Sie mir die Namen aller Reinigungskräfte, die hier in meinem Zimmer waren. Das ist ein Notfall. Sie dürfen nicht in Panik verfallen. Ich bringe Sie nach Hause. Ich habe auch Familie, Dr. Chiba. Wir alle. Reden Sie mit niemandem, fassen Sie niemanden an. Halten Sie sich von anderen Menschen fern. Steigen Sie in Ihr Auto! Wir sind nicht krank! Es erforscht uns schneller, als wir es erforschen. Es mutiert. Wir sind nicht krank.